Wir sind heute in Leipzig und fragen Leute nach ihrer Meinung zum Schulsystem. Was ist denn deine Meinung zum Schul- und Bildungssystem in Deutschland? Naja, sollte mal überarbeitet werden, also ein bisschen veraltet. Bereitet einen relativ wenig auf die Welt danach vor, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Gerade Abitur, alles vergessen, was ich da gelernt habe früher.